Jo, mein Lieben, es ist Zubstabat und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Skywars. Rolling in my ski, crawling in my ski, crawling in my ski. Und natürlich auf der Map Karotte. Skiru wama naka und gib mir meine Karotte zurück, ja? Deswegen, Leute, verwende ich diesen Modus eigentlich fast nie. Außer es geht halt nicht anders. Dann gehe ich halt natürlich in den Super Saiyan. Aber in den meisten Fällen, Leute, bleibt der Super Saiyan aus. Wow, Alter! Leute, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich Lust auf einen MLG Boat Glide. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann machen wir den. Als erstes hochbauen. So, Leute, alle Zutaten sind fertig für einen MLG Boat Glide. Jo, gefallen, 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 MLG. Wow, Alter. Okay, wir haben den MLG Boat Glide erfolgreich beendet. Wir müssen mal gucken, ob es hier eine Insel gibt, die noch nicht ausgenommen wurde. Oder wo man sich irgendwelche Sachen geholt hat. So, und wär mal. Ja, Leute, der krasseste und schwierigste Sprung wurde geschafft. Okay, da baut sich direkt einer mal zu mir. Nein, 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 nein! Okay, Leute, ich habe zwar nicht gedacht, dass es in dieser Folge dazu kommen muss. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Leute. Wir brauchen eine andere Taktik. Schnell, Leute! Gebt mir eure Energie! Gebt sie dir! Ich brauche eure Energie! Wir haben gewonnen! Also, ich fühle, fühlt ihr auch dieses Feeling, was ich fühle? Wow! PvP activated! So, Leute, ich würde da mal sagen, das soll's... Oh mein Gott, Leute! Mein Herz, es tut immer noch weh. Wir müssen erst mal diesen Modus verlassen. Okay, Leute, jetzt kann ich mal die normale Abmoderation machen. Das soll's vom Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einer Bewertung. Hier ploppen die anderen Videos drauf. Und dann würde ich euch mal sagen, haut rein! Macht's gut! Und... Und... Tschüss!